Ihr wisst es, es gibt viele wichtige Themen beim Karpfenangeln, aber eines der nachhaltigsten und wichtigsten Themen ist natürlich das Thema Karpcare. Und zu dem Thema möchte ich euch ganz kurz jetzt was vorstellen. Schaut mal her. Und zwar, wir haben die neuen Easy-Mads im Programm. Sie sind jetzt schon eine Zeit lang da. Sie gibt es einmal in der Standard-Version, einmal in der XL-Version. Und wir haben an den Easy-Mads aufgrund der Erfahrungen, die wir in den vergangenen Jahren hatten, folgende Änderungen vorgenommen. Die Easy-Mads werden in einer Tragetasche geliefert und auf der Tragetasche ist jetzt neuerdings eine Tasche, die optimal die Größe für eine Waage hat. Passt also unsere Volkswagen super rein. Ihr seht es jetzt gleich. Ich öffne die mal und dann seht ihr, warum die Easy-Mad Easy-Mad heißt. Denn ihr zieht die raus, lasst den Rahmen aufspringen und zack, Inlay rein und eure Matte ist fertig. Die Easy-Mad hat zum Vorgängermodell einen ganz, ganz entscheidenden Vorteil. Und das ist wirklich auch die Zukunft der Abhackmatten. Wenn ihr euch dran entzinnt, ihr habt gut gefangen in der Nacht, ihr legt die Matten in den Kofferraum, es süfft raus, es riecht am nächsten Morgen. Es ist unhygienisch, es stinkt, es ist nass überall. Also was konnte man ändern? Wir haben jetzt neuerdings das Inlay voll verschweißt. Das heißt, das Teil ist für immer und ewig wasserdicht. Hier kann nichts mehr eindringen. Es ist eine ganz glatte Oberfläche, der Karpfen ist geschützt. Kein Geruch mehr, antibakteriell, kein Wasser mehr drin, kein Nachtropfen im Auto. Also wirklich ein richtiges, verbessertes Feature. Des Weiteren habt ihr einen Rahmen, der aufspringt. Der war ja früher viel höher, wenn ihr euch entzinnen könnt. Wir haben den Rahmen jetzt niedriger gemacht, denn das reicht immer noch völlig für den Karpfen drin zu halten. Und ist vor allem viel, viel angenehmer. Ihr nehmt den Fisch hoch und diese zwei Spitzen ragen nicht mehr so ins Foto rein. Ist absolut top. Zehnmal besser wie vorher. Dann hat die Easy-Met die neue, eine Komplettabdeckung. Hier vorne mit einem Klett fest. Hier oben mit Elastik und Klett. Und dann liegt der Fisch sicher drin. Und sobald der Fisch dunkel gehalten wird, beruhigt er sich und fängt auch nicht mehr an zu schlagen. Das Ganze ist auch ruckzuck im Handumdrehen wieder abgebaut. Ihr nehmt das Inlay raus. Klappt das hier zusammen. Seht das schon, das hat hier so eine Hülle, Entschuldigung, Tasche sozusagen. Nehmt die Easy-Met hier so zusammen. Dreht die einmal in sich. That's it. Steckt die hier einfach nur noch rein. Dann in die Tragetasche. Und schon ist die Easy-Met wieder sauber verstaut. Und vor allem trocken, denn sie kann kein Wasser aufnehmen. Es gibt zwei Versionen und das hier ist die XL-Version. Wie immer die große Version für die Europäer, natürlich, selbstverständlich. Es gibt zwei weitere Dinge zu sagen. Und zwar, wir haben eine XL-STL-Weightsling. Die passt jetzt perfekt in unsere Easy-Mets. Und die Standard-Weightsling passt wiederum perfekt in die Standard-Easy-Met. Also alles genau aufeinander abgestimmt. Ihr legt praktisch schon die Weightsling rein, öffnet die, nur noch den Fisch rein, Weightsling zu und dann ist alles perfekt. Dann braucht man den Fisch nicht unnötig nochmal hin und her heben. Die Easy-Mets sind ausgestattet mit Anchor-Points, also Bivy-Pack-Points, sodass ihr, wenn mal Wind herrscht, die auch im Boden festmachen könnt. Und somit kann die Easy-Met auch nicht wegfliegen. Also nochmal ganz kurz, die wichtigsten Features zu vielen anderen Matten. Vollverschweißtes Inlay. Nichts kann hier eindringen. Kein Wasser kann aufgenommen werden. Keine Gerüche. Es kann nichts im Auto auslaufen. Es ist antibakteriell sozusagen, weil nichts einsaugt in das Material und es wird auch nicht sprödem. Das zum einen. Dann der Rahmen, etwas niedriger wie vorher, immer noch super Spannkraft, springt immer noch toll auf, steht einwandfrei da. Der Rahmen ist weiterhin schwarz. Die Abdeckung ist jetzt komplett drüber und die Tragetasche hat eine Tasche für auch eine Waage. Wer also auf leichtes, gutes, günstiges, langlebiges Tackle setzt in Sachen Abhackmatten, kommt um die neue Easy-Met-Serie nicht rum. Schaut sie euch mal an. Es ist wirklich ein Top-Produkt und es sind Top-Verbesserungen dran. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit.